Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute in der Apotheke, hoy en la Farmacia. Wir brauchen bitte ein entzündungshemmendes Medikament. Wir brauchen bitte ein entzündungshemmendes Medikament. Necesitamos un medicamento anti-inflammatorio, por favor. Ein Medikament zum Fiebersenken. Ein Medikament zum Fiebersenken. Un Medikamento para bajar la fiebre. Un Medikamento para bajar la fiebre. Einen Hustensaft auch hustenstillend. Einen Hustensaft auch hustenstillend. Un jarabe para la tos y también anti-tusivo. Vertrockenen Husten. Vertrockenen Husten. Para tos seca. Para tos seca. Schleimlösender Saft Schleimlösender Saft Jarabe expectorante Jarabe expectorante Mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. No me encuentro bien. No me encuentro bien. Mir ist schwindelig. Mir ist schwindelig. Tengo mareo. Tengo mareo. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Oder Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. Eine Salbe zum auftragen. Eine Salbe zum auftragen. Una pomada para aplicar. Una pomada para aplicar. Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Estoy resfriado. Estoy resfriada. Ich bin hingefallen. Ich bin hingefallen. Me he caído. Me he caído. Mein Knie schmerzt. Mein Knie schmerzt. Me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Muss ich zum Arzt gehen? Muss ich zum Arzt gehen? Tengo que ir al medico? Tengo que ir al medico? Ja, wenn es nicht besser wird. Ja, wenn es nicht besser wird. Si, si no se pone mejor. Si, si no se pone mejor. So, das war wieder richtig viel heute. Hoy hemos hecho bastante. Y terminamos aquí. Wir machen auch hier Schluss. Vielen Dank an alle meine Abonnenten, die lieben Kommentare natürlich. Muchas gracias a todos los suscriptores y los comentarios. Hasta mañana. BANJANA 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 BANJANA